Moin moin und da sind wir wieder hier im Urwald und laufen einem der Erfinder her. Und da sind wir wieder hier im Urwald. die wollte doch luftwaffe spielen es gab sogar ein erfolg dass sie ist ja habe ich gerade gesehen ja ich habe aus versehen so einen baum angegriffen ich helfe dir mit das vorgeht jetzt keine absicht 2 2 1 knurrheim dachte magi hausen heute dafür sind hier im schlumpfwald ja 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 was war das was denn ja ach so das das hatte ich eben auch schon heute läuft schon weiter davon das ist ja ein sport fix der teute noch was vor warte war es dein pausenbrot vergessen euch kann nicht aufsatz sitzen so jetzt aufgrund deiner leiste und Wohle waren die Brandfunkten nicht vor einer Woche noch 50 Silber wert? Jetzt? 6 Ja, hier droppen die halt wie... doof, ne? Wo will der Junge denn ganz hin? Grad beim Niederland, wenn du dann nachher irgendwie mit den Champs da... Ich hab das mit mir doch noch nie gemacht, ich weiß gar nicht wie das geht Ja Ich weiß gar nicht, ob dieser Map-Meta stattfindet Oh 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 und nächstes lager gehen wir hin war wie es aussieht ja 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 das ist dann kommen und das ist hier etwas fortschritt gibt genauso wie die tränen wenn man die soll auf dem weg mal ein bisschen mitgenommen hat und abgibt die können wir jetzt hier abgeben ja ja das ist ein sagt wie man in diesem teil der insel zusätzliche können wir schon sehen die bands voll hast dann ganz halt mit dem entsprechen sind die wegmarken wieder weg da muss man die erst wieder neu aufbauen also das lager einnehmen die wegmarken dahin schleppen ja dann schickt krakatorik ein wieder raus krass und das erfahrt wie im dvb war ist eine mischung aus dragon stand und was grüne schwelle zu grob so ich würde dann jetzt einfach versuchen zu leiten wo die nächsten interessanten punkte sind ich gehe mal auf den knickel hier oben müsste solch ein kommunikationspunkt sein laufe ich richtig dürfte passen hoch auch diese höhe da was du hast du schon bei ihm so aus ja hier bei mir ich weiß es ist nicht leicht stützt euch auf sein vergesst nicht wir tun das für auch hier links lang ist ein aussichtspunkt könnten aber auch laufen wir ein bisschen zick zack nehmen sie mit da da ihr seht auf der karte sein luftschiff ja das was sich bewegt ja genau wenn man ganz oben auf kristallflügel also jetzt ist zu spät dann kann man da rüber schliegen das ist die landlinien rein könnte helfen aussichtspunkt oder auch nicht hier sind manche hüpfpilze die eine richtig hoch verfahren ich weiß jetzt nicht ob es hier ist aber einige sucht mich immer so ein bisschen punkt zu punkt ne das klappt nicht ah da sehe ich einen hüpfpilz ach da wollt ihr hin ach so ich dachte wir wollen in den zum aussichtspunkt erstmal ja allerdings ist auf der anderen seite ist auch noch einer fast auf der gleichen höhe er habe ich angepeilt gehabt ne ui ach dreckspilz geh weg ich will nur hüpfen der ist gar nicht so hoch noch sehe ich nicht den gar nicht wo ist denn ich stehe drauf ne ich hatte doch eben gerade einen hüpfpilz ne ja wo ist der denn ich bin sonst ganz hier unten haben wir einen mess mal ja das ist sehr prima ich hoffe dass das bis da reicht ah ja der ist wirklich nicht so hoch danke bitte lass den ochsen beschützen das ist ein hinterhalt leute so tut doch was können wir machen den ochsen beschützen keine ahnung ob das ja bringt fortschritt bringt es wahrscheinlich nichts wenn wir dann die karte verlassen und tag rum ist oder ja ja nur fortschritt in den erfolgen ok das reicht ja dass du mit dem händler reden kannst ok so apropos gibt es keine neue beherrschung oder ne gut doch aber erst wenn du das euere tier hast ja gut aber kann man sich dann die support rolle bei den händlern kaufen für die map oder gibt es die nicht doch jetzt auch bei einem der händler genauso wie den knoten ich hab noch diese scheiß auch zu hast du 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 das du du und jetzt so wo jetzt was hat er von oben die kriegen auch lüftunterstützung von oben kommt ja auch ein kleiner drache er hatte das neue letztlich Prozent nach 28 Minuten ich hab's ich hab's gesehen im Denkst in der Gruppe ja das wollen wir gar nicht wissen was du mit den Doljaks getrunken hast bitte nicht wenn ich mir angucke wie groß er ist und wie groß das Doljak ist dann muss das ganz schön wehtun auf welche Art und Weise auch immer auf sie müssen bleiben lassen Erziehungsmethoden for the win mh mh Was elend bin da. Auch wieder so ein Sammelding, ne? Ups. Wo ist denn jetzt der Dolia-Kinn? Hier. Der meinte nochmal zurückzulaufen. Nicht, dass ich eure Gegenwart nicht schätzte. Es ist nur... Oh, danke für die Rettung, Vomander. Gott. Oh, was war das denn? Ganz Suizid-Menschen hier. Ah, Trüchen. Die Skelette sehen auch geil aus, ne? Ja. Also zum Beispiel rechts an uns ist ja so ein Event, äh... Das ist irgendwie Veteranengespenste, Schmerzes oder so, ne? Das bringt keinen Fortschritt fürs Lager. Also das bringt auch keinen Fortschritt. Das bringt Loot vielleicht oder so, aber keinen Fortschritt für... Für den Kran. So, dann sind wir gleich wieder bei dem anderen Lager. Wo wir vorhin gestartet sind. Also, wieder zurück. Genau. Aber die Verkrüppelung hält da aber lange an. Ja. Du konntest glänzen. Warte, ich komme zu dir. Ah, ich habe die falsche Skidung drin. Alles gut, jetzt habe ich es gleich geschafft. So, dann porteln wir mal zurück zum Lager. Starten dann aber wieder eine neue Aufnahme. Deswegen schon mal tschau, tschau. Vielen Dank für's Zuschauen und bis in der nächsten Folge. Tschau, tschau. Körnig. Hier haben wir alles. Bis zum nächsten Mal.